In Großbritannien zieht die EU-kritische Partei United Kingdom Independent Party, kurz UKIP, erstmals ins Parlament ein. Ihr Kandidat Carswell erreichte bei einer Nachwahl fast 60 Prozent der Stimmen. Die Nachwahl war notwendig geworden, weil Carswell von den konservativen Tories zur UKIP übergelaufen war und sein Mandat niedergelegt hatte. Acht Monate vor der Parlamentswahl in Großbritannien gilt der Sieg für den UKIP-Kandidaten als schwerer Schlag für Premierminister Cameron.